Ich will nicht, dass jemand bei mir arbeitet, der ein Kopftuch trägt, weil das verscheucht meine Kunden. Salam und willkommen Leute, was geht? Bevor das Video anfängt, wollte ich mich erstens bei euch entschuldigen, dass letzte Woche kein Video von mir kam. Ich hatte Klausurphase und konnte dementsprechend keine Videos hochladen. Und wenn ich schon wieder back to the root bin, wollte ich euch bitten, mir auf Instagram zu folgen. Ja, ich heiße auch Sucher, nur mit 5 anstatt mit 3 As. Für die Leute, die mich immer fragen, ja, wie ist es denn mit dem Selbstbewusstsein gekommen? Listen to me now und dann wirst du wissen, wie das alles passiert ist. Bevor ich euch dieses Storytime erzähle, wollte ich euch sagen, wenn ihr selbstbewusst sein werden wollt, war kein Deutsch, egal, dann scheißt auf die Meinungen anderer Menschen. Macht das einfach. Ich habe so ein Sprichwort, das nennt sich, ja, scheißegal, was du machst, ich meine, die anderen sterben eh, do what you want, so. Und so musst du ein Mindset haben. Jetzt kommen wir zu meiner Geschichte. Ich war so 15, weißt du, ich war so jung, ich brauchte Geld. Okay, ich will es immer noch. Aber auf jeden Fall, ich war da 15 und ich brauchte, wie gesagt, Geld. Ich dachte mir so, hm, okay, mach ich mal einen Minijob. Mit 15 hatte ich erstens garantiert kein Selbstbewusstsein wie heute. Und zweitens war ich nicht mit diesen Vorurteilen, mit dem Kopf suchen, so dachte ich, niemand würde was dagegen sagen. Haha, egal. Ich dachte so, okay, es ist Sommer, lass mal einen fairen Job in der Eisdiele machen. Ich bin zu einer hingegangen, ich dachte so, okay, die sind nett, ich mag deren Eis, warum nicht? Ich gehe also hin und da war die Tochter vom Chef. Und dann meinte ich so, ja, hallo, ich suche gerade einen Nebenjob und so, einen Minijob, dies und das, ich bin Schülerin. Die meinte so, hm, ja, ja, wieso denn nicht, ne? Kommen Sie mal zum Probearbeiten. Ich dachte mir so, okay, nice, direkt, bum, bum, bum. Ich komme so also zum Probearbeiten am nächsten Tag. Ich habe mich fresh angezogen, bin hingegangen und dann gibt die mir erst mal so ein T-Shirt. Boah, das war einfach ein Ranz-T-Shirt. Ich dachte mir so, egal, Hauptsache, das war lang, oh, es war okay. Und ich dachte so, okay, ich mache direkt Eis. Nein, die hat mich erst mal in die Küche geschickt. So, die ganze Zeit nur in die Küche, habe Eisbecher geputzt. Ey, das war überhaupt nicht so mein Gedanke. Ich dachte mir so, ich mache Eis und das war's. So, ja, aber ich möchte jetzt zum Eisdingern. Sie so, okay, dann hat sie mir das so ein bisschen gezeigt. Aber man hat richtig gemerkt, sie wollte nicht, dass ich so diese Kunden bediene. Und ich habe das natürlich gemerkt. Es war okay, bis der Chef kam, also ihr Vater. Und das Ding ist, ich dachte, er wüsste von mir. Und der so, hä, was machen Sie hier? Ich dachte so, ähm, ich arbeite hier seit heute. Da meinte der so, kommst mal mit, kommst mal mit. Bitte, wenn Sie schon hier arbeiten heute, dann hinten. Und ich dachte mir so, wie bitte? Da meinte der so, ja, ich muss Ihnen das doch nicht sagen, oder? Und ich so, was sagen? So, weißt du, mit 15 Jahren denkst du dir nicht, irgendwie ein Typ ist rassistisch und sagt sie ins Gesicht. Der meinte wirklich so ehrlich, ich will nicht, dass jemand bei mir arbeitet, der ein Kopftuch trägt, weil das verscheucht meine Kunden. Was soll ich denn machen? Soll ich dem sagen, ja, ähm, okay, dann gehe ich jetzt. Ich habe so viel mit meiner Mutter darüber geredet, habe angefangen zu heulen und so. Bevor ich euch erzähle, warum ich geheult habe, machen wir die zweite Sorry, dann wird es logischer. Ich dachte so, hm, okay. Also Erste wollten mich nicht wegen meinem Kopftuch. Okay, tamam, habe ich verstanden. Dann gehe ich zur zweiten Eisdiele und das war so die beliebteste Eisdiele in meiner ganzen Stadt. Und ich gehe da hin zu diesem Typen, auch so ein Typ, Chef, Italiener. Und ich gehe zu dem hin, ich so, ja, ähm, ich suche einen Job. Da ist manche der so, ja, äh, gar kein Problem eigentlich. Nur, ich möchte nicht, dass sie Kopftuch tragen, während sie meine Leute bedienen. Also, er hat es mir gesagt, bevor ich überhaupt angefangen habe zu arbeiten. Wisst ihr, wenn, das war so ein Kick, den ich von dem anderen Typen bekommen habe. Aber, als ich den Kick bekommen habe, ich bin richtig ausgerastet. Ich meinte so, und wieso nicht? Wieso nicht? Es macht nichts, weil, wieso nicht? Und wieso nicht? Erklärt sie mir doch mal, wieso nicht? So, es hat nichts mit der Hygiene zu tun. Mein, mein Kopftuch ist wahrscheinlich hygienischer als ihre Schuppenhaare, ja? Und dann hat er die gleiche Argumentation wie der andere genommen. Der meint so, ja, aber das, das kommt nicht so gut bei den, äh, Kunden an. Wissen Sie, was nicht gut bei den Kunden ankommt? Wenn man keinen vernünftigen deutschen Satz auf die Reihe bekommt. Subjekt, Prädikat, Objekt, ganz einfach. Gut, ich habe jetzt zwar kein Außenverbot bekommen, aber ich gehe da freiwillig nicht mehr rein. Und dann, ich dachte mir so, egal, ich sehe so eine deutsche Bäckerei und ich sage bewusst deutsch, damit ihr am Ende wisst, warum das so ist. Die suchen gerade jemanden und ich mache so, okay, perfekt, ich gehe zu dir hin. So ein bisschen, hatte ein bisschen noch Hoffnung, wisst ihr, dieser kleine Hoffnungsschimmer, so ein ganz kleiner. Ich frage sie so, ja, hallo, ich bin Schülerin und bin 15, bla, 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 ich suche einen Nebenjob, einen Minijob, beziehungsweise einen fairen Job. Sie so zu mir, okay, wissen Sie was, Sie kommen morgen zum Probearbeiten und dann, wenn es Ihnen gefällt, machen wir alles Vertragliche. Ansonsten nicht. Am nächsten Tag bin ich also zum Probearbeiten gekommen und das war Baba. Ich schwöre, die Leute waren toll, ey, das Bedienen war geil, ich war auch immer vorne an der Theke, perfekt, so genau das, was ich mir bei einem Nebenjob vorgestellt habe. Und dann hatte ich aber immer noch diesen Tick, so, warum hat die mich nicht auf mein Kopftuch angesprochen? Weil es andere getan haben, weil es andere, weil andere den Grund genommen haben, dass das falsch ist in einem Job. Also gehen wir in die Küche hin und machen alles Vertragliche aus und so und ich gucke sie so die ganze Zeit an, die so, ja, das sind ihre Arbeitsklamotten, Arbeitszeiten, Rechte, keine Rechte, bla, bla, bla. Dann hab ich, weil ich so, so Komplexe danach hatte wegen diesen zwei Typen, hab ich sie von mir aus selber gefragt, aber für sie ist das schon okay, dass ich Kopftuch trage. Und dann meinte sie so, ja, wieso nicht, das ist kein Accessoire, das ist eine religiöse Sache, die ich zwar nicht vertrete, aber die auch völlig legitim ist. Dann meinte sie so, das Einzige, was bei uns nicht geht, ist aus hygienischen Gründen Ringe, Uhren, etc. Aber wenn sie täglich ein hygienisches Kopftuch tragen, ist das überhaupt nicht mein Problem. Das ist ja natürlich ihre Religion, die ich zu respektieren habe. Wisst ihr Leute, was das für ein Gefühl ist, wenn Leute dich einfach akzeptieren und ihre Akzeptanz durch solche Taten zeigen? Also Diskriminierung und Rassismus ist an sich schon krank, aber noch kränker ist es, wenn Ausländer, andere Ausländer einfach diskriminieren. Das Lustige ist, ich konnte besser Deutsch als die, ich konnte wenigstens einen richtigen deutschen Satz auf die Reihe bekommen, ich bin pretty as hell und dann kommen die zu mir und nehmen mein Kopftuch als Grund. Uneducated. Das ist ganz einfach. Wisst ihr, wie viele Komplimente ich dann von Leuten bekommen habe? Sie sind so freundlich und so, dann bekommt man direkt ein anderes Bild vom Kopftuch. Weil Leute durch die Medien ein falsches Bild gemacht haben. Leider. Das ist, das Ding ist, man kann es den Leuten nicht als Vorwurf nehmen, sondern den Medien. Wie oft wird der Islam, werden Kopftuchfrauen und sowas immer falsch dargestellt und unter Drück dargestellt, obwohl es nicht so ist? Und dann habe ich eine Sache verstanden. Wenn du dich selber nicht liebst, wenn du für dich selber nicht stehen kannst und wenn du nicht der Fan von dir Nummer 1 bist, dann wird das niemand. Wenn du dich selbst liebst, dann zeig das den anderen Leuten. Warum denn nicht?